Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute gibt es mal wieder Highlights und zwar vom Daily Duo Cup, den wir am Montag gespielt haben. Da haben wir tatsächlich richtig, richtig viele Punkte geschafft, obwohl wir nicht mal die ganze Zeit gespielt haben und wir hatten dadurch auch nicht mal alle Runden geschafft. Ich glaube am Ende hatten wir nur sieben oder acht Runden durch und dann fehlte eben halt irgendwann die Zeit. Dafür hatten wir auf jeden Fall richtig, richtig viele Punkte. Wenn ihr in Zukunft natürlich keine solcher Videos verpassen wollt, dann lasst natürlich gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch auf dem Weg, 10.000 Abonnenten. Außerdem könnt ihr euch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ich würde auch mal interessieren, ob ihr vielleicht ein Video zu Minecraft RTX sehen wollt. Hat zwar nichts mit dem sonstigen Content hier auf dem Kanal zu tun, allerdings denke ich mal, dass das auch ganz interessant sein sollte. Ansonsten lade ich eh mal vielleicht an dem Tag dann noch ein weiteres Highlight-Video hoch. Also wenn ihr das sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann sehe ich nämlich auch, ob sich das überhaupt lohnt, so ein Video dazu zu machen. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Außerdem könnt ihr mir natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal folgen. Ein Link dazu ist ja in der Videobeschreibung. Dort würde mich auf jeden Fall auch freuen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Highlights. Ich hab so nahe her, aber ich komm. Da ist einer. Hab einen. Stark, ich komme. Ich bin direkt über dir. Ich bin da. 33 Minus. Nice, Alter. Let's go. Ich gebe ihm ein 120er Turn-On. Ey, she cracked. It's white. Ab die Treppe in ihm. Ah, ist runter. Das ganze nach unten dropped. Our mate is cranked. A hit. She cracked. White. Zwei hits auf white. Nice. Wo ist er? Auf ihn. Nice. Äh, das war er nochmal. Hier liegt eine blaue Palm von vier Minis. Ab, äh, Kronen in ihm. Ab wieder Kronen in ihm. Ich bin in ihm drin. What's wrong, Kronen? What the fuck? Der ist hier direkt vor mir. Ja, komm. Highground. Laser. Hat einen Hit. Von mir nur ein 23er. Oh. What? What? Hä? Mega. No way. Von da auch nicht. Bau, du hast gleich Placement. Äh, die Holzwand gehört nicht hier, aber hat niemand gemerkt. Und ein Glück. Gönn dir noch ein Mini? Mini? Höre dir. Ja. Digga, nur kein Witz. Du musst move'n, du musst move'n. Ja. Oh my God. Nein, von oben noch. Nice. Nice top 3. Let's go. Richtig. Vorsicht. Low. Laser's down. Oh, ich geb ihm 158er Turn-On. GG. Digga, das war ein richtig geiler Kill. Okay. Von mir aber auch. Weil er ist erst mal 79. Oh, ich hab ihn über mir noch. Hab ihn in meiner Box. Und es teils. 71er Shieldcrack on me. Einer komplett wide. Einer nochmal Shieldcrack. Ab ein. Boah, noch ein 142er. Hab ihn gefinished. Digga, Pump, ey, im Sitz heute. Oh. Nein. Das war ein Bot. Wo ist der andere hin? Über uns. Unter uns. Komm weiter. Hier. Ah, er ist wieder rein. Echt? Oh. Oh, Digga. Die ganze Lobby-Spreader. Shootcrack. Ah, schade. Ich hätt fast den Kill bekommen. Nein. No way. Oh, Digga. Ich glaube, der ist noch north gegangen. Der ist ja auch nie. Hab den Dude. Hab einen Dude. Digga, ich hab übertrieben viel gemerkt. Auf unserem Haus, oder? Um 50 wide. 50 wide. Okay, er hat mich auch gut gelasert, aber passt. Ich hab gelohnt. Du bist auf dich alleine? Hast du? Noch nicht. Noch nicht. Ich komme. Ich bin gleich da. Oh, nice. Hab er im einen hier relativ viel. Vorsicht, der andere ist über uns, glaube ich. Ja, der ist auch nicht hier. Shielded. Oh, Null. Unten war auch noch einer. Ah, shit. Blattdicklob? Nein, oh mein. Oh, schade. Auf jeden Fall. Ich weiß, woher ich bin. Oh, Digga. Oh, mies. Ich bin ein Med-Cut. Ich fliege mich durch. Sehr gut. Oh, nice. Sehr gut. Digga, die sind gut, die sind gut. Hat drei 18er. Shieldcrack. Okay. Oh, hier oben ist noch einer. Hat 50 damage on shield. Ah, no way. Keine Chance. Oh, Digga. Er has won it. Oh, let's go. Jetzt, jetzt ein Abonnierer. Ja, ja, ja. Wie wir einfach genau gleichzeitig den Gedanken hatten. Einer hat ein Shieldcrack bei mir. Okay. Absolute one hit. Hab den. Hier ist noch einer. Ich glaub, ich hätt die Leben mehr gebraucht. Ja, ja. Ist es da bei dir? Er hat 20er und Shield. Geht auf der anderen Seite hoch. Er geht raus. In mir. 60er oder so. Shieldcrack. Dead. Nice. Unter uns. Ein Shieldcrack. 150er. 140er. 140er. Er hat ein Shieldcrack. Okay. Digga, keine Chance. Er ist hier. Oh. Hab ihn gebroxt. Shieldcrack. Down. Down. Er hat sich da eingekompt, oder? Ja. Spray. Nein, er ist im Building drin. Ja, hast du gemerkt. Hat drei Hits. Drei 25er. Oh, mein Glücklässig. Oh, let's go. Hat du im 90er. Stark, stark, stark. Wichtig. Let's go, Alter. Wollen wir padden? Ah, ja. Komm. Blaze hier. Ich hab noch Minis und Vigi für dich. Ah, 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 ah. Ja, ich hab Minis. Nicht geht? Ja. Oh. No way. Natürlich, oder? Ich glaube, der ist ein 74er. Ich finde, die Tag macht immer richtig, richtig viel Schaden auf Walls und so. Wo ist der Typ hin? Der ist wahrscheinlich... Nein, nee. Ich glaube, er ist weg. Ah, nee. Fuck, das sind zwei, oder? Ja, das sind zwei. Das ist gleich, glaube ich, richtig. Das ist... Ja. Die machen jetzt so Auge alle auf dich. Safe. Nein, die sehen nur die. Ich will mich vergessen. Oh no. Oh no. Damit hat er, glaube ich, gar nicht gerechnet. Moin, Digga. Der steht schild. Oh, natürlich hat er full shield, ne. Aber doch nicht. Ja. Da. Ja, ich bin dead. Ah, nice. Digga, ja. Er hat dabei einfach schild. Er hat... Oh mein Gott, er hat mich auf die Brunnen. Hier kommt eine hoch. Ey, komm runter, komm runter. Chill crack. Oh, ich kann nicht hochkommen. Bitte, bitte, Lars, bitte. Es kommt mit White. Hab ihn. Stark. Hat ein 31er. Check. Okay, nice. Oh, 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 oh. Nee, ich hab den. Ach so. Oh, ist besser so. Ich hab den eben eh mehr gebraucht. Die Ziger. Dead. Also, ich bin dead. No way, ich konnte... Ich konnte keine Treppe placen. Ich bin da. Vielen Dank.